Ehrlich, es macht Es macht keinen Spaß mehr Es macht einfach Ich krieg hier so einen Hass drauf, man Vielleicht lass ich das jetzt mal ohne kommentieren hier Aber ich war doch vorhin schon fast durch Aber dann kommt 5 Meter noch 5 Meter waren es noch oder so Und dann krieg ich noch auf die Fresse oder was Oh, Manometer, ey, macht das keinen Spaß mehr Das macht echt nix Spaß, macht das Das macht gar keinen Spaß mehr, macht das Ja, ich komm um die Hecke und da krieg ich sofort rein in die Fresse, ey Wie ist das denn? Wie ist das denn logisch? Boah, ey Boah, ist das eklig Ich sitze hier bestimmt bald 10 Minuten nur mit Ausrastern, ey Oh, Mann Nein, ich hab keinen Bock mehr Boah Ey Das ist nur noch eklig Das ist nur noch eklig, das ist nur noch Eklig ist das Das ist nicht mehr schön, das macht einfach keinen Spaß mehr Es macht, dieses Spiel ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, aber Diese Mission, ganz ehrlich Mann Ey, ich krieg hier einen Ausraster nach der Oh Wie ich einfach zu viel von diesem Spiel krieg Und nein, es liegt nicht daran, dass ich zu schlecht bin Es ist einfach nur unmöglich Was hab ich denn hier noch mit? Ja, komm ey Lad erst mal 5 Minuten nach Ist ja klar, dass ich dann abgeknallt werde So Oh, ich baller jetzt einfach mal No-Look da so rein So Ey Mann Oh, jetzt endlich Ich will das jetzt endlich schaffen, so Ich hab keinen Bock mehr Mann So, das musst du jetzt raus Boah, ey Wie ich hier ausrasten muss Wegen so einem scheiß Spiel Ich Oh, das ist Das ist nicht möglich Das ist doch nicht möglich Mann, ey Komm, ey Wenn die mich damit verarschen Dafür kaufe ich mir doch nicht so ein Spiel, ey Dafür hab ich doch nicht Geld bezahlt Damit ich hier Boah, weißt du, ne Ich Ich bin wirklich eigentlich nicht so schlecht Besonders wenn ich jetzt hier hingehe Da ist ja alles Du weißt schon zwei Seiten Du hast ja gar keine Chance mehr Das ist einfach nur noch ein Mann Boah, nö Ich hab lange echt keinen Bock mehr Gleich hör ich hier auf Dann hör ich hier auf mit dem Nanceplay Dann wird es abgebrochen Weißt du, das macht doch keinen Spaß Ging fünf Millionen Leute Ey, fickt euch alle, Mann Mann, wie ist das denn wirklich? Boah, ey Boah Ey, ich bin hier ne Morgenhalter, bin ich Mann Ich hab keinen Bock mehr, Leute Das bringt ja auch nichts, was du guckst, wenn ich hier die ganze Zeit rumschreie Zehn Minuten, ey Mann, ich hab keinen Bock mehr ab Mann, ey Mann Oh ey, wie ich hier grad ausraste, ey Nö Das macht doch keinen Spaß mehr Ganz ehrlich Das macht einfach Und wenn ich jetzt hier einfach mal so durchrenne Ja, es macht Es macht keinen Spaß mehr, Leute Das war jetzt einfach Okay, das war jetzt meins Aber ehrlich Das Das macht doch keinen Spaß Es Es soll ein Spiel sein, das Spaß macht Es ist auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel Auch von der Story her Weil ehrlich, so ne Mission Da krieg ich das Kotzen Da krieg ich das Kotzen Ich meine Wie logisch ist es denn? Sechs Milliarden Menschen Auf der Erde Und ich seh sie nicht Ich seh sie Da ist er Sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde In diesem Spiel soll man Alle töten, hab ich das Gefühl Ey, ganz ehrlich Wo sind sie denn hier? Die Raketenwerfer wieder Oh, hat sie mich schon immer mal ein bisschen weiter vorgekommen Ja, komm Das ist doch nicht möglich Guck dir diese Fronte an Leuten an Ehrlich Das ist ja nicht Das ist ja nicht mehr möglich Anscheinend soll man auch gar nicht alle abballern hier Komm, ey Eben war ich ein bisschen vorgerückt Wenigstens So, fick dich Ey, ich hab das Gefühl Morgen bin ich echt heißer Ich werd hier langer schon heißer So Hab ich das jetzt langer Endlich mal Fickt euch jetzt nicht noch mal Jetzt nicht noch mal So Lol Aber Oh, okay Okay Leute, ich hab es Wirklich Geschafft Hab ich das Gefühl Ehrlich Das sieht mir fast Das sieht mir fast Danach aus Als hätte ich es Geschafft Ghost Ghost Gut Dann helfen wir mal Boah, Leute Leute, ey Es tut mir echt leid für die Ausroßer, die ich hatte, ey Ganz ehrlich, aber Das war Das ist Gut, hi Scheiße Scheiße Alter Shepard ist böse geworden Fuck Wusste ich ja noch gar nicht Ja, komm Shepard, du Hund Shepard Shepard, der Hund Boah Tut mir echt leid für die Ausroßer, aber Oh Oh, oh, oh Hey Weißt du, ich nehme für Shepard echt so welche Ausroßer in Kauf und dann Und dann sowas Oh Das sieht nachs Benzin aus Wenn er jetzt mal wieder seine Scheiß-Tier-Ritte da zu Ende geraucht hat Scheiß-Raucher Ich glaube, der wird uns was anzünden Tschüss Boah, ey Was ein Arsch Die ganze Zeit tut er so, als wäre er der Liebste überhaupt Und der Jetze Ja, ist ja klar, dass dann Die alle glauben, dass die US-Amerikaner solche Patrioten sind, ey Und solche Schlechten Kämpfer, ey Und da hat man ja gesehen Die töten ihre eigenen Soldaten So, mal schauen, was jetzt als nächstes uns erwartet Ich habe nur noch vor, ein bisschen aufzunehmen Also Ehrlich, tut mir leid für die Ausroßer, aber Bah War das eklig, die Mission Oh, der muss aussehen Ghost Ghost Kommen, Ghost Hören Sie mich Hört mich jemand Nein Sie sind tot, So Shepard hat aufgeräumt Ach, ein Scheiß oder auch? Shepard hat uns verraten Ja Dafür muss man jemandem vertrauen, das tat ich nie Oh Willkommen, haben Sie unsere Position Positivpreis Aber nicht nur ich Shepard's Männer befindet sich auf einer Seite Okay Gut Beide sehr hässlich Mein Scherz Das können wir natürlich auch machen Tracking Captain Soap McTavish Easter Afghanistan Naja, ab nach Afghanistan würde ich sagen, wa Oh ja, die Mission Kenne ich irgendwoher noch Wer sind denn jetzt hier Ah, ich muss also alle Der Feind meines Feindes Auch mal Schön Also jetzt haben wir hier alles sozusagen Eigentlich generell So random Alles töten Wir haben auch keine Verbündeten mehr oder so Das ist schon vorbei War ich denn die Waffe cool? Ne, das sind doch wohl Keine Ahnung Ich glaube nicht, dass wir wirklich Verbündete haben Oder doch So Und hier ist noch was stecken Boah Freut mich das, dass ich endlich nicht mehr ausrasten muss hier Ja doch, die muss ich auch töten Aber wir müssen natürlich auch nicht alle Tiere töten Sondern wir können natürlich Oh So 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 Ah, die ist auch scheiße Weil es ist kein Schnellschusswaffe Da drehe ich mich so ein bisschen daran auf Aber egal Muss ja wohl jetzt erstmal mit leben Ah, schon wieder Endzeitmusik hier So Was auch immer ein Blankoscheck ist Ach genau Das würde ich gerne mal wissen Falls Jemand mir Erklären kann Was ein Blankoscheck ist Schreibt das bitte in die Kommentare Dankeschön Wir müssen beide, dass wir es keine Woche schaffen werden Weil damit könnt ihr mir echt mal was helfen Ich bin nur so wenig wie Sie Vakarov Kennen Sie das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Der Feind meines Feindes ist mein Freund So alles töten generell hier so Boah Aber das ist wirklich nicht so schwierig hier Sakajef ist tot Oh, lol Mal jetzt so ein bisschen sachlicher hier kommentieren, wa? Wir müssen ja nicht immer so ausrasten Nicht hier Würde ich fast sagen So Ja, da sag ich's mal Hier scheint so Das Flughafenzentrum der US-Army zu sein Also diese epische Musik Passt nicht unbedingt hierher Aber egal Hier rein erstmal Ach, komm Jetzt können wir schon wieder ausrasten Ne Aber ne So bin ich jetzt noch nicht gestorben Was war's mit dem Auto? Weil ich hab das Gefühl, dass wir auch bald keine Miss Mini haben Ne Das sieht eher nachher so mal Akash und alle Die bekriegen sich Alle gegen alle hier so ein bisschen so...